Hallo und Willkommen auf YouTube! Mal Streaming Today keiner. YouTube schaut sich ja auch keiner an, aber was soll's. Ich bin zurück. Warte mal, was habe ich da für Wands? Eine Wand of Fireball! Du mal! Kannst du die ganzen Wands benutzen? Oh! Geh bitte nicht da rüber! I wish there was another way! Ha, von wegen! Das ist ja fies! Dieser Typ hat nicht nur Nicht nur kann man seine Fast Healing mit dem Feuer nicht entsorgen Nein! Ja, ist sogar überhaupt Feuerresistenz Das heißt, der Feuerball hat ihm noch gar nichts gemacht. Naja, wir werden ihn trotzdem tot schlagen. Was sind das für welche? Ein Kobold-Boom-Sayer Uh! Kobolde! So was er war! Ähm... Ja, du greifst ihn einfach an! Und? Wo bist du? Ah, da ist Hund! Greif auch den an! Ja, du auch! Du auch! Du machst bitte auch den! Und du zauberst noch gut! Was machst du eigentlich jetzt? Hm... Ich könnte natürlich noch einen zweiten Feuerball einfach reinhauen! Einfach zu Spaß und Freude! Und jetzt... machst du... sowas... He-Komm... Du killst doch bitte glaub mal... den hier! Christian, könntest du mir sagen, warum du dich mitten reinstellst? Nein, das kannst du mir nicht sagen, gell? Searing Light, klingt gut. Mach das gleich mal auf den, der direkt vor dir ist. Autsch. Autsch. Hört's ja auf, sowas zu tun. Was mache ich jetzt? Ich sterbe. Ich hätte doch nicht mehr angreifen sollen. So, warte mal. Tristan. Ja, du machst das. Du kümmerst dich. Du kümmerst dich um den. Du kümmerst dich um den. Du kümmerst dich um den. Und kümmert sich bitte auch um den. Ja, ja, Alter. Du kümmerst dich um den. 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 So, Octavia, kille den bitte. Und schon haben wir sie besiegt, alles gut gegangen. So, das war es jetzt für das erste, ich glaube, wir sollten jetzt einmal rasten, bevor wir irgendwas anderes machen, weil... Wir sollten außerdem vielleicht nochmal zurückgehen und den komischen Zwerg mitnehmen. Yay, noch so eine gut entwarven Helmschard. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hm? Ich bin da, ich bin da. Jetzt ist es der Beginn der Hunde. Das war jetzt super. Gut, dass wir nicht abgespeichert haben. Schauen wir mal, wir haben da sicher noch bessere Tränke auch, gell? Haben wir auch so? Yes, haben wir auch. Was ist das auch so denn? Hm. Mhm. Okay, es war jetzt okay. Dann geht's zu dem. Octavia? Nein. Was ist das? Foxkin. Foxkin. Und gerade die Daumen. Amiri, könntest du bitte das Ding trinken? So, und wieder zurück. Das muss ich jetzt einschneiden. Stopp. Ähm. Du. Das. Und das. Du und der Hund. Wir müssten eigentlich gemeinsam reichen, um die Typen da umzunieten. Ähm. Du. Was macht das? Remove Blindness. Echt jetzt? Moderate Wounds. Ähm. Hm. Was kann das? Constitution and Strength, oder? Ja. Äh. Schade, dass man das mit Personal machen kann. Na gut, dann mach das einfach weiter. Äh. 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 Die waren zu zweit schneller mit den beiden, als die anderen alle zusammen mit den fünf. Äh. 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 Ok Das heißt wir haben quasi die gesamte Seite abgeschlossen Jetzt fehlt uns noch diese Seite Was ist das? Da ist Loot Oh, wir haben Loot gefunkt Das ist ein Hammer Ok Bevor wir weiter gehen, werden wir einmal rasten Hier zum Beispiel Oh, wir haben jetzt Ekum da Ah jo Der ist glaube ich super beim Ham Beziehungsweise wahrscheinlich ist er auch wieder Camp Camouflage super Da machen wir das doch klar zu Das war jetzt einfach Doch Die Bären sind nun nicht sehr Plug gewesen Können wir bitte auch Das Essen Von ihren Farben So Small Und dann Die Schmerzen Von den Krieg Also Aus 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 Alles klar. Wir werden sofort verborgen. Und das ist ziemlich wertvoll. Trau mich! Ah, was ist das? Alte Ruinen Once sturdy walls became decrypt and crumbled Na ja, okay, bevor wir uns da raufbegeben Sag ich jetzt mal tschüss, ich muss das mit dem vorherigen zusammentun Für YouTube Niemand da? Nö, keiner da Okay, also dann, bis dann, tschüss!